Es wird mal wieder Zeit für ein weiteres Global-Video und heute, wie ihr seht, sind wir kurz vor den 50.000 Punkten. Vielleicht in den sechs Rennen, die wir jetzt gleich fahren werden, werden wir sie erreichen. Wir reden heute natürlich wieder über alles, was ich mir denke beim Spielen. Wenn mir irgendwas Off-Topic einfällt, rede ich auch darüber und ich würde sagen, rein ins Video, gerne abonnieren, Glocke aktivieren, blabiblob, Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefällt und ihr das wieder öfter wollt und ich würde sagen, rein da. Ja, alles klar, Freunde, ihr seht's, volle Japaner Lobby, einer mit Max VR, einer mit 998, auch sehr wild. Wir starten auf Excitebike, sehr interessante Map unter Casuals, immer als eine der langweiligsten und, ja, nicht so spannenden Maps. Allerdings im Competitive Mario Kart sehr, sehr beliebt, weil man hier einfach sehr coole Strats mit den Rampen immer ziehen kann. Und, ähm, dazu gehört schon ein bisschen Skill auf jeden Fall, dass man hier jedes Pattern ordentlich fahren kann. Ich schwimme hier einmal ab, ich hab schön fünf Coins vom Anfang, das ist sehr gut. Ich lass den auf eins erstmal da ein bisschen chillen, ich sammle hier meine Coins, blablabiblob. So, ich hab die Coiner links holen können, das ist aber nicht so schlimm. Ich werd ihn einmal einfach protecten können. Er protected nicht. Okay. Hab ich Double Protection auf eins? Ich wollte eigentlich nur seine Protection wegmachen, aber er hatte anscheinend nichts. Ja, es könnte halt die Blue kommen, ne? Aber, da machen wir uns nochmal noch keine Angst. Oh, das ist nicht so praktisch. Ich hab das Break beim Landen. Okay, ich bin leider hinter, was hätte ich? Ich glaub, der zweite ist vor dem Set, das könnte schlecht für mich sein. Aber er hat keine Red anscheinend, I don't know. Jetzt wartet er auch auf die Blue. Okay, ich hab ihn. Wichtig, okay Blue kam zum Glück sehr spät Die hittet mich auch nicht mehr Sehr schöner Eins auf jeden Fall Ja, also da hätte ich auch natürlich viel früher kommen können Der Schock war recht Unlucky, weil ich hinterm Itemset war Aber der Zweite hat zum Glück keine Rote gepolt Oder sich zumindest nicht geworfen Sehr, sehr gut, wir sind sehr nah an den 50.000 Punkten Freunde und ich würde sagen Rein ins nächste Rennen Okay, aufschirm Ich war jetzt noch nicht so ganz zufrieden, wie ich Excitebike gefahren bin Anders hätte man wesentlich besser fahren können Aber Eins wurde es trotzdem Die Lobbys hier in Global sind jetzt keine Lounge-Lobbys In Lounge wäre ich komplett dafür bestraft worden Könnt ihr gerne mal meine Lounge-Videos abchecken Da spiele ich gegen Spiele, die ungefähr genauso gut sind wie ich Und Quasi in einem Competitive-Rahmen Wo man dann sich Punkte wirklich erkämpfen muss Aber wenn man sie ansonsten auch wieder sehr schnell verlieren kann Und sehr schnell absteigt, das ist ja hier fast gar nicht möglich Also ich glaube, es ist Ich werde auf diesem Account nie wieder auf Auf 30.000 Punkte zum Beispiel zurückfallen oder so In Lounge kann das schon mal passieren, dass man da mehrere Mehrere Monate Progress verliert So Das ist hier natürlich nicht so Ähm, danke Bro Auf jeden Fall stark von dir Ja, das wäre es schon mal von hinten Füllen wir hier Coins Eins auf neun in der Box holen, wichtig Hey, Schrummstar Zehn Coins ist schon mal wichtig Oh nein, hier Hilfe Ich chaine hier noch nicht Ich würde gerne nächstes Set chain Oder vielleicht sogar Warte mal, ich halte mir das gerade nicht fürs Ende Dass ich da nochmal cutten kann Und eigentlich Ich chaine hier Ich würde sagen, dass mir jemand schon gerade durch Ich bekomme sogar noch eins da Oh ja, Alter Jede Sekunde Wow Wow Warum Konne ich nicht schnell genug reagieren Hätte ich aber müssen Ganze muss weg Du will ich Spam Geh weg Kein da Kein Schock im Play Kann ich mir fast gar nicht vorstellen Oh, wieso Teddy bleibt gerne mal so in der Wand hängen Wenn ich nach außen wo der Triple Beans hat Okay, sechsten Nehme ich mit Ist vollkommen fein Ähm Ja, ich hätte Äh Meinen Star anmachen müssen Als die Green auf mich zukamen Da hätte ich schneller reagieren Müssen Eigentlich Aber Machste nix, ne Machste nix Ist okay Man kann die Map aber sehr gut von hinten spielen Also Thrummage auf jeden Fall Ist es nicht vorbei Wenn ihr einmal gehittet werdet Und äh Ja, hoffen wir mal auf mehr Glück im nächsten Rennen Hat schon so ein bisschen Let's Play-Vibe Muss ich sagen Man redet Man zockt ein bisschen Man drückt auf Aufnahme Man redet on topic Bisschen off topic vielleicht Äh Ist schon sehr cool Wissen vielleicht nicht Nicht alle Aber dieser Kanal hier hat ja mit äh Let's Plays angefangen Oder zuerst mit Irgendwelchen Smash Gameplays Ohne Ton Ihr könnt ja gerne mal ein bisschen rumstöbern Wenn ihr möchtet Ich werde nichts löschen Ich denke ich äh Ja Ich muss zwar nicht zu den Sachen stehen Die ich immer so gesagt hab Aber Ja, man gehört halt dazu So ein bisschen zu meinem YouTube-Weg Deswegen lasse ich die einfach da Wer sich da mal hin verirrt Soll das gerne tun Es gibt zum Beispiel ein Mario Galaxy Let's Play Oder ein Super Mario Maker 2 Let's Play Stimmt, daran erinnere ich mich Aber ich hab da auch immer sehr viel off-topic Okay, ich glaub ich hab mal über Sport und Bericht Und über Montana Black geredet Und was weiß ich Schon sehr wild So, wir sind auf 1 auf einer Running Map Um mal kurz ein bisschen on topic reinzugehen Wir sind sogar relativ Broken away Ja, das muss man ein bisschen aufpassen Sehr schön Oben gelandet Das könnten viele nicht Ist gar nicht so schwer Dann bräuchte ich aber jetzt ein bisschen länger Um das zu erklären Aber Dann sollte es eigentlich relativ einfach sein Wenn man es einmal drauf hat Vielleicht kann ich es gleich beim Fahren erklären Ich halte mir auf jeden Fall meine Protection einmal Ich werfe sie gleich weg Oder sie wird mir geklaut Je nachdem Damit ich sie im zweiten Slot hab Damit ich die Münze im ersten Slot hab Nicht so praktisch Na, reicht das? Ne, okay, schade Der andere fliegt oben drüber Richtig Das sind schon viele Aber sehr viele sind auch vorbeigeflogen Auf anderen Wegen Die sollte mich nicht mehr jucken Hitt mich halt Nice, schön Ja, sehr schön weggefahren Leider die Blue hat mich so gehittet Dass ich die Threat nicht mehr nehmen konnte Man muss da auf jeden Fall Hitless durchkommen Auf 1 Damit man da Oben landen kann An der Stelle Äh, und wir haben die 50.000 Punkte Wuhu Halbzeit Ja Also ihr wisst ja aus den vorherigen Folgen Dass sie hier nicht so viel bedeuten für mich Weil man Es ist sehr lobbyabhängig Man kann sie farmen Man kann aber auch mal ein Lobby bekommen Wo irgendwelche 20.000er Leute drin sind Die aber auch besser sind als manche 60.000er Leute Also es ist halt nicht so ein Skillsystem Es ist halt eins Indem man gut farmen kann Indem man gut grinden kann Indem man viel spielen kann Und äh Dafür ist es ganz gut Ähm Ich werfe mal die hier Ja, es ist halt ein gutes System Man kann immer reinjoinen Man sammelt so ein paar Punkte So ein paar Ja, sag ich mal Äh, Punkte die zeigen Wieviel man den Modus gegrindet hat So Ähm Aber ja Richtiges Skill Ranking Wird dann von der Community selber gemacht Und das finde ich gar nicht so schlecht Muss ich ehrlicherweise sagen Äh Ich bin ja manchmal so gewesen Dass ich mir wünsche Dass Nintendo sowas selber macht Aber das ist vielleicht gar nicht so gut Wenn das über die Community geregelt wird Dann Sind da halt auch wirklich Leute Die selber das auch spielen Die das regeln Und nicht irgendwelche Nintendo Mitarbeiter Die keine Ahnung haben Von irgendwelchen Ja Von irgendwie Kompetitive Mario Kart Bemerkt man ja auch bei Bei äh Der Europameisterschaft zum Beispiel Wo dann Leute für Schlausteuerungen Rausgehauen wurden Oder was weiß ich Ne Ich war da ja ganz nah dabei Können wir vielleicht Ein bisschen drüber quatschen Ich mach jetzt hier keinen Cut Ähm Ich war ja bei der Europameisterschaft Als Caster Und ich hab ja auch die Spieler getroffen Und was weiß ich Und mit denen gesprochen Sowohl mit Nintendo Mitarbeitern Als auch mit ähm Mit Spielern Und äh Und äh Nintendo Deutschland Und äh Ich glaub Ein paar von auch aus der Schweiz Mitarbeiter Sind sehr coole Socken Also muss ich ehrlich mal sagen Das hat mir sehr viel Spaß gemacht Mit denen Die hatten auch mega Bock Und haben mir zugehört Und fanden das mega cool Wie ich erklärt hab Wie competitive Mario Kart funktioniert Und äh Übrigens auch wieder ein guter Runner Für eins hier Mal schauen Ob ich die eins ein bisschen halten kann Weil hier gibt sehr wenig Coins auf der Map Und wenn man hier auf eins ist Und die ganze Zeit Coins chained Das ist sehr gut So Bombe So Dann Yalla goodbye Upe Krieg ich auch noch spendiert Okay Ja ähm Die waren sehr cool Haben das auch alles verstanden Sind mit mir sogar schon ein paar Ideen durchgegangen Sie kommen ja dieses Jahr leider nicht auf die Gamescom Das heißt Meine Ideen sind ein bisschen Ja Hinfällig Für dieses Jahr zumindest Mal schauen Wir haben ja auch Ideen zusammengesammelt So was man machen könnte Upe zahlt sich aus Oh bitte Oh schade Ich bin leider dahinter Gerutscht noch Aber ich bekomme ja hier noch zwei Du bist keine Richtig Ähm Aber es gab so einen Nintendo Europe Mitarbeiter Der hat es wirklich Also der war nicht in der Materie drin Also das Das hat man gemerkt Weil es wurde gefragt Ob man Schlausteuerung benutzen darf Von einem Spieler Und äh Der Nintendo Mitarbeiter Meiner dann halt so So aus Aus dem Joke So Äh Nein ist nicht erlaubt Wenn ihr die Strecken nochmal üben müsst Könnt ihr hier an die Game Stations gehen So es gab so einen Übungsraum Wo man sich ein bisschen aufwärmen konnte Wo es dieses Blatt tun Und Marika Spiele halt Ähm Fürs Game aufwärmen konnten Ähm Ja die haben halt nicht gecheckt Dass Schlausteuerung halt Ja Schlausteuerung wird halt selten für Für Was weiß ich Verwendet Wenn man Einen Abschnitt schwierig findet So Übrigens ganz cleaner run I don't know Die Lobby tut mir überhaupt nichts Ähm 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 Das Schlausteuerung wird halt nicht verwendet Um irgendwelche schwere Streckenabschnitte Die man nicht kann Zu überwinden Und einfach nicht üben zu müssen Weil Schlausteuerung Wenn du mal Schlausteuerung immer an hast Ist man langsam Man kann keine Lila einen Miniturbus chargen Und so weiter Ich hab da eigentlich auch vor Nur ein eigenes Video drüber zu machen Deswegen jetzt nicht zu viel darüber labern Aber Ähm Ja das haben die halt nicht verstanden So Und ähm Keine Ahnung Sowas erklärt sich halt auch nicht schnell Mal eben Ähm Ja Okay Freunde Ihr seht neue Lobby Ich hatte die Nintendo Switch Online Erfahrung Ich hatte einfach die Fehler Bei der Datenübertrage In den letzten Raum Super Sache Ähm Ne wir sind jetzt hier in dem neuen Raum Noch zwei Rennen müssen wir ja fahren Deswegen äh Ja Nicht wundern Hat einmal weg die Seed So Äh Ne wo war ich stehen geblieben Ich bin ganz froh Dass äh Quasi das Compelative System von dem Game Von Spielern für Spieler ist Weil das macht es so viel besser Ja Man hat das eigentlich auch schon ganz gut gemerkt Ähm Bei den Updates Die Nintendo im Booster Pass gebracht hat Dass sie überhaupt Kein Plan von Sachen hatten Wenn sie irgendwelche Strats rausgefixt haben Aus Versehen mit irgendwelchen Röhren die man clippt auf MKS Oder zum Beispiel den Inward Acceleration Bug Dass man halt ja nicht mehr so gut beschleunigt mit schnellen Inward Combos wie vorher Und dadurch einige Weltrekorde unmöglich sind beschlagen zu werden Deswegen äh Ja Finde ich das schon gut Dass sowas von der Community gemacht wird Weil die dann auch so ein bisschen so gewisse Sachen verstehen Dass Schlau-Steuerung halt angefangen wurde zu verwenden Nicht weil man Keine Ahnung Weil man es musste Sondern weil es einem halt einen Vorteil gebracht hat Und wenn du eben komplett vom Mario Kart etwas nicht nutzt Was dir einen Vorteil bringt Dann hast du In gewisser Maßen einen Nachteil So Wenn alle anderen das nutzen Und du sagst straight Ne ich nütze Schlau-Steuerung nicht Und alle anderen machen es Dann hast du einen Nachteil Und äh Ja Aber auch mit den Sowohl Stat Changes als auch andere Changes Sie haben halt nie gefühlt das Ziel erreicht was sie wollten Wieso kommen da Reds Oh mein Gott Okay immerhin habe ich das Item bekommen Was ich angehalten bin Und eigentlich nur Nice Schöner Zweiter Ja Sehr viele Items gechained Am Ende den Cut genommen Wunderschön Ne Ja genau Deswegen sehr sehr gut Dass es von der Community gemacht wird Und Ihr seht es ja auch in den Launch Videos Hoffentlich Dass das andere Lobbys sind Als hier in den Global Videos Wo ich sehr sehr oft vorne bin Und einfach nebenbei irgendwas plappern kann Ohne mich zu konzentrieren Und ich trotzdem Zweiter oder Erster werde Weil ich durchfahre Wenn man halt einfach einen Button eingeführt hätte In Friend Rooms In dem man einfach sagen kann Schlausteuerung Aus Oder geht nicht in diesem Raum Dann wären alle Probleme gelöst Und hätten sie auch das in ihren Turnieren sagen können Dass das der Modus ist Der an sein muss Dann kann das gar niemand anmachen Und dann wird auch niemand deswegen disqualifiziert So Darum geht's halt Nice 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 Int Auch jetzt auf jeden Fall Coins Und Ja Was halt auch an diesem Global System Ein bisschen flawless ist Was die Community Für mich besser gelöst hat Ist dieses Einrennen Macht schon Immer eine Punkte Vergabe So In Launch Fährst du 12 Rennen Und bekommst Dann deine MMR So und hier hast du ein Rennen Ein Rennen kann immer unglücklich sein Aber in 12 Rennen hat man halt quasi dann am Ende Einen Durchschnitt Weil vieles auch mit Skill beeinflusst wird Wie man ja sieht wenn ich hier irgendwas durchfahre Mit guten Lines oder so Manchmal wird der Skill halt dann auch belohnt Weil man halt gut gefahren ist Weil man gute Entscheidungen getroffen hat Weil man gut gebackt hat, gut gefahren ist Gut gerannt ist Und es gibt halt diese unglücklichen Rennen Und dann direkt immer wieder ein Minus rein Und für einen Lucky Race Und dann kann er auch in die andere Richtung gehen Dass man einmal ein sehr glückliches Race hatte Und sofort Fluss bekommt dafür Das ist halt auch nicht Man muss also quasi im Competitive Mario Kart Über mehrere Races performen Oh Entweder bist du jetzt vor mir Okay passt Oh warum bist du bei mir man Und warum bist du nicht schneller Okay wild Natürlich hat er eine Rage Ja da bist du nicht Nehm ich Den dritten nehm ich Warum er den nicht geworfen hat Ich hab mich schon so tot gesehen Aber gut Ist okay Wir nehmen nochmal den dritten mit Im letzten Rennen Sehr sehr schön Wir haben einiges an Punkten gegant Ähm ja Über 50.000 Ist natürlich sehr cool Ich hab schon sehr viel Diesen Modus dann gespielt Anscheinend Ähm Ja Ich hoffe ihr konntet mir so ein bisschen folgen Gerne eure Meinung In die Kommentare schreiben Das ist mir natürlich auch ganz wichtig Das ist natürlich alles hier sehr sehr subjektiv Von mir gesehen Ähm Wenn das ganze über Nintendo geregelt wäre Dann könnte man natürlich da auch mit denen Besser zusammenarbeiten so Aber äh Ja Schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare Wir haben 50.000 Punkte erreicht Mega mega cool Oder wenn ihr noch Fragen zum Gameplay selber habt Dann auch gerne rein da Alles klar Dann haut rein Dann auch hierin Und 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 dann auch hierin